Hallo, wir sind jetzt am Halterner See, in Haltern am See, am Nordufer. Mal gucken, wie es hier so ausschaut. Demnächst werden wir auch mal eine Rollertour um den ganzen See rum machen und einiges besuchen. Also viel Spaß am See hier beim Mitlaufen. Mal gucken, wie es hier so ausschaut. 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... 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 ......... 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 ...... 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 ......... ......... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Der hat bestimmt irgendwo so einen Eisenschlangen da hängen, du kannst dich gleich ranhängen. Aber ich täppel dich. Ah, noch besser! Ja, noch besser! So, das war vom Halternersee. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da. Vergesst ein Abo nicht. Und ich wünsche euch alles Gute aus dem Grupphot. Bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.